Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder. Euer Udi und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier was gekriegt. Ich habe mich bei einer Webseite für Tests für ein Produkt beworben. MyTests heißt die Seite und wurde ausgewählt, dass ich die testen kann und dass ich dann halt auf der Webseite muss ich dann was dazu schreiben und so. Aber das kann ich super als Anlass nehmen, auch da mal ein Video drüber zu machen, weil ich es gratis gekriegt habe, aber eigentlich nicht für meine Plattform gedacht ist, weil ich eigentlich nur auf MyTests darüber berichten soll. Weiß ich nicht wie die rechtliche Lage ist, weil ich es ja gratis gekriegt habe. Ich werde trotzdem irgendwo Werbung schreiben. Sicher ist sicher. Und zwar habe ich den Curve bekommen. Den Vodafone Curve. Das ist ein GPS Tracker. Den werden wir jetzt erstmal auspacken. Dafür brauche ich mein Unboxing Messer. Den kriegt ihr euch mal nach unten mit der neuen Lampe. Ich habe immer Angst, dass meine Kamera rausflutscht aus der Halterung. Das wäre nämlich echt schade. Jetzt werden sich auch einige Fragen. Ein GPS Tracker? Wozu ein GPS Tracker? Ja. Einmal habe ich Kinder. Und zum zweiten... So. Machen wir den dann so. Der ist wirklich sehr sehr klein. Och der ist ja putzig. Ich habe gedacht, der ist größer. Hier haben wir dann noch die App. Download Vodafone Smart App. Im Google Play Store oder für iOS. Das werden wir dann auch gleich noch machen. Im nächsten Video. Wir haben dann noch eine Bedienungsanleitung. Wir werden natürlich gucken, ob wir das ohne Bedienungsanleitung kriegen. Wir sind ja Männer. Dann... Was haben wir hier noch? Ach, hier hat das was angeklebt. So. Und da haben wir dann hier einmal einen USB-Kabel. Der aber an der anderen Seite keinen normalen handelsüblichen USB-C oder Mini oder so hat. Sondern mit so Kontakten und Magneten. Und das hält... Ui. Das hält sogar sehr gut. Hält das so hoch. Auch an der anderen Seite hält es nicht. Also da ist er widerspenstig. Das will er nicht. Aber so hält er. Und so fort. So. Dann haben wir hier noch... Müssen wir mal aufmachen die Pappe. Einen Metallring mit bei. Warum einen Metallring? Den könnt ihr hier durchziehen durch diese Gummischlaufe. Und die Gummischlaufe... könnt ihr dann praktisch hier rummachen. Hattet mal. Ich muss mal gucken. Hat das irgendwie... Ach so. Hier hat... Hier ist... Wir haben hier in dem Gummiteil auch so ein Pinöbelchen. Damit wir das reinmachen können für den Knopf. Das werden wir alle gleich im Hardware-Video machen. Ja. Mehr ist dazu zum Unboxing jetzt auch nicht zu sagen. Ich will das auch nicht in die Länge strecken. Ich bin mal sehr gespannt und auch... Software-mäßig wie das alles einzustellen ist. Oh. Und warum? Einmal können wir das praktisch mit dem an der Jacke, am Rucksack vom Kind befestigen. Oder halt auch in den Rucksack irgendwo reinlegen. Ins Info da irgendwo. Das ist klein schmal. Das fällt kaum auf. Dass man immer auf der sicheren Seite ist. Ihr wisst, es sind unsichere Zeiten. Einige Leute vertrauen ihren Kindern vielleicht nicht so. Oder die hauen nach der Schule gleich ab zu Freunden. Dann kann man halt nachgucken, wo bei welchem... Wo sind die denn gerade? Ach, sie sind im Park oder was weiß ich. Oder halt, man kann es auch fürs Auto nehmen. Dass man das dann im Auto im Handschuhfach oder unterm Sitz oder in eine kleine Lücke irgendwo reinpackt. Und der Akku weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wie lange der hält. Aber der sollte eine Weile halten. Und dann kann man das irgendwo verstecken. Und dann kann man halt auch so sozusagen sein Auto finden. Oder Motorrad. Und dann... Meistens kann man den Sitz so hochheben oder so. Dann kann man das reinmachen und kann sein Motorrad, sein Auto wiederfinden. Also jetzt nicht unbedingt gerade. Also dafür auch, wenn man auf dem Parkplatz steht und nicht weiß, wo das Auto ist. Wäre nicht das erste Mal, dass es mir so geht. Aber falls es geklaut werden, kann man halt wiederfinden und kann die Polizei sagen, hier guck mal, da ist Tracker. Da ist mein Auto. Hol das zurück. Wäre eine Möglichkeit. So, das soll es jetzt für das Unboxing auch gewesen sein. Der Koffer hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Wenn wir das das erste Mal anmachen werden, die Software uns installieren und benutzen werden. Ich bin Vodafone-Kunde. Ich muss auch mal gucken, ob ich die Vodafone... Welche brauche ich da? Vodafone Smart-App. Die habe ich glaube ich sogar drauf. Müssen wir mal gucken. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Und 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 nicht und 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 Nögen passt told ... Silivорт GToZ-Lz